dann schauen wir mal ob wir die kleinen finden wir hatten ja den einen schon gesehen wahrscheinlich das ist wieder der ich soll ja im wald zennig sind wir eigentlich ich hier schon wieder... ja, falsch. Oh, oh, es ist einer ein sehr merkwürdiges. Eta, lass uns ihn näher ansehen. Aber das sage ich ganz gut. Nummer eins. Sehr schön, dass wir jetzt so gut über den Wald verlassen haben. Aber hier ist ja wieder Ende. Ne. Was machen... ja. 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 Barbados, guide us. No. Oh. Hey. Oh, hier ist ein... ja. Kann ich nicht mehr. Was? Mal gehört. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer eins. Nummer eins. Alter! Habe ich hierbü San meines! Ich bin nicht mehr für mich. Da war. Ich bin nicht gefähr để mich gewinnen. Ich bin nicht für mich fl hora. Oh. um um das ist sehr nervig fest aber interessant gelöst so okay ich habe noch keine ahnung wie man das schaffen soll das markiere ich mir mal das wenn du vielleicht auch im team vielleicht ganz interessant sammeln mit man sich ein bisschen einfacher macht und nummer eins haben wir ja immer zweimal auch nur noch nummer drei ich hätte halt gedacht ich möchte mich gerne am bauch kratzen du bist schon wieder da los und gehen mit ihnen spielen und gut dann los wenn ihr den kleinen teilen kann wenn nur noch der eine ein haben ja schon ja sind zwei auch und 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 ja wir haben alle drei gefunden war jetzt einfacher als gedacht muss ich mal so sagen hier sind sie gut gemacht sie scheint ziemlich glücklich zu sein okay kein problem lass mich für dich fragen wenn ihr menschen seid warum riecht ihr dann wie tanuki er du fragst das erst jetzt wir haben ein paar seltsame sachen gegessen genau das ist passiert gerade maskierte irgendwo hat uns vorhin ein sehr üppiges mal gekocht sie sagt dass sie dafür magie benutzt hat die sie so die sie heimlich von dem wackei danuki gelernt hat was sie hat heimlich unsere magie gelernt wie kann sie es wagen vielleicht nur vielleicht auch komm komm schon ach komm schon dieser hinterhältige zone sie noch am leben wäre hätte sie doch wenigstens vorbeikommen können um hallo zu sagen oder hier ist eine schreienmürger mit einer maske sie hat ich habe einen alten freund genannt maske ich kenne niemand mit einer maske ich kenne auch keine schreienmürger aber ich kenne eine gezune abgesehen davon ist die und hinter die zune schon einmal in form einer schreienmürger erschienen wie sieht die schreienmürger von der du sprichst aus sie trägt eine weiße fuchs maske sonst noch etwas jetzt kurze schwarze haare und sie trügt schreienmürger von kleidung kenne sie nicht habe noch niemanden wie sie gesehen ist das so mehr klar überlasst das mir schuss sei sagt er hat spaß gemacht mit ihr zu spielen danke einmal hat auch eine menge spaß also wegen denen kann nur nun ich bin der weltberühmte bache da nur die lorei und ich werde sicherlich mein wort halten du kannst den kam haben aber was willst du eigentlich mit dem kam machen wahrscheinlich ich dir immer noch macht die zune also ist es ist so ja wir erzählen wieder die geschichte was mir was mir war nicht klar dass es so wichtig ist das hättest du früher sagen soll ich wurde einfach deswegen versiegelt 100 jahre eine million jahre 1000 sache 100 jahre höre auf vielleicht fertig über meinen unglück zu sprechen macht nicht das ist alles zwischen dir von gestern ich habe auch eine ahnung von der barriere in der nähe des waldes damals als ich gegen die hinterhältnisse kämpfte habe ich sie einmal an der östlichen meeresküste gesehen es sieht aus als hätte jemand einen donner sakura mit einem tori tor zusammengebaut oder damals als dieser kerl gegen den dämonen kämpfte war ich besorgt dass einige von ihnen herauskommen könnten um uns zu verletzen also habe ich mit mir die ein siegel auf diesen ort gelegt das siegel unter der felssonnen osten sagst du kishiboshi bringt sie hin und entfernt nenne das siegel danke lorei na gut na gut genug gerät geh jetzt wenn du diese enthältige zünder ist vergiss nicht sie von mir zu grüßen sag einfach lass mich nachdenken diesmal hast du mich richtig verärgert du trottel komm zurück und kämpfe gegen mich unser wettkampf ist noch nicht vorbei hilf mir dieses siegel zu brechen wenn du schon dabei bist ja es ist nicht so dass ich es nicht selbst tun könnte oder so aber du solltest mir trotzdem eingefallen außerdem sagt kiobu kuburn dass er dich vermisst boah das ist eine menge die man sich merken muss jetzt haben wir den kam und ja auf zum dritten auf zur dritten reinigung eine felswand das ist es ist nur ein haufen nackter steine ja es scheint eine art magie zu benutzen um wo die steine sind verschwunden das ist erstaunlich das ist also bache ja doch immer ich scheint irgendwie spaß zu machen vielen dank kishi borsche lass uns das erste mal verstecken spielen hey eine höchste zeit die barriere abzubauen das ist alles reinigung beten ja noch komplizierter als das letzte alt wenn ich davon ausgehe das ist eins das ist zwei ist okay moment ich bin etwas verwirrt also hier haben wir nur eins ach da unten ist noch eins ganz unten versteckt also das ist nummer eins das hier ist auf jeden fall das letzte das muss das letzte sein wenn wir das mal aufdröseln dann wäre das hinten die vier müsste ich hier sein wenn es da hinten die vier ist wenn es da hinten die vier ist die ecke haben wir die vier haben wir dann wäre das die vier also das ist auf jeden fall die 1 machen wir dann machen wir hier aus drei ich bin mir keine sicher aber ich glaube das könnte hin das ist die drei oder gibt es hier noch irgendwo auch wie fehlt mir gerade ein stück in den höhenunterschied das ist gerade ein bisschen merkwürdig kann das sein dass es mist war also das ist auf jeden fall das ist hier die 1 das ist auf jeden fall die letzte das ist auf jeden fall der letzte der rankommt das ist auf jeden fall ich habe mal aus einem anderen blick linke hier ist staat so wenn wir das 2 und wenn der hinten hier nichts hier hinten ist ja noch einer auch ist das gemein also nochmal das ist da unten ist die 1 das ist die 2 das ist die 2 sehr schön das ist die 2 sehr schön so 2 das ist ja auch die 2 sein genau beide treffen sich hier bei der 3 weil sie sich hinten getroffen haben da hinten haben sie sich getroffen 3 das ist die 4 das ist die 4 das ist die 4 das ist die 4 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin kein Freund von Elektro. 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 Also wartet Loree immer noch darauf, dass sie zurückkommt und ihn findet. Basierend auf dem, was du über Loree gesagt hast, scheint das der Fall zu sein. Und nach einer Weile spürte Loree, dass etwas nicht stimmte und fing an, Verwüstung anzurichten. Er stahl sogar das, um Morio und die Kitsune Saigo herauszulocken. Er wusste nicht, dass es etwas war, das für die Reitungsritte für die Hellige Sorge benötigt wurde. Er dachte nur, dass es ein Kamm war, der für die Kitsune Saigo wichtig war. Aber später versiegelte Kanagara ihn aufgrund dieses Fehltritts in einen Stein. Was ist dann mit Kitsune Saigo? Wurde der Dunkelheit verschluckt am Ende? Nachdem die Dunkelheit besiegt, verkehrte sie in das große Land, Narukami, zurück. Wer bist du? Ich, wie du sehen kannst, bin ich nur Katsari. Eine Schreinigung, vor der sich deine Kraft leihen will, um dieses Übel zu vernichten. Das war nicht meine Frage. Aus Kitsune Junker Katsari ist es wirklich seltsam, dass du so viele Dinge über die Vergangenheit weißt, die die meisten Menschen nicht wissen. Du weißt sogar, wie man die Bakanuki-Magie einsetzt und Tanuki-Gerichte kocht. Aber du weißt nicht viel über die Gegenwart. Es ist fast so, als wärst du jemand von ein paar Jahrhunderten. Wir haben auch jemanden gesehen, der in unserer Erinnerung wie du aussah. Sie hätte sogar den gleichen Namen wie du. Also, sie muss genau wie L'Oreal sein, ein Bakanuki, der von mehreren Jahrhunderten versiegelt wurde. Nein, so ist es nicht. Ich habe ihre Erinnerung geerbt. Was die anderen Dinge angeht, so vergeben bitte. Ich kann noch nicht über sie sprechen. Ich habe dir ein Versprechen gegeben vorhin in der Höhle. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich dir alles offenbaren. Was sollen wir tun? Ich glaube ihr. Na gut, wenn du das sagst. Wir können auch etwas Vertrauen in die Maskette irgendwo haben. Danke für dein Verständnis. Jetzt müssen wir uns hier erstmal einmal trennen. Tschüss. Wir trennen uns nur im Körper, denn unsere Herzen treiben mit dem Wolken. Ich würde für deinen Erfolg unter dem bevorderen Dorf Kondor beten. Ich werde neben der Donner Sakura Wurzel stehen, die die Erfolgreich gereinigt hat. Wenn der Baumwurzel in allen fünf Orten gereinigt worden ist, suche mich sowas auf. Ah, das wissen wir doch. Das ist Nummer zwei gewesen, äh Nummer drei gewesen. So. Nummer drei ist irgendwo hier. Und den anderen muss ich mal gucken. Aber das sehen wir dann so gesehen. Die nächste Reinigung sehen wir dann in der nächsten Folge.